Wir haben einen Unfall gehabt und daran ist nur Frank schuld und wir sind gerade angekommen an unser Moselle. Haben wir wirklich einen Unfall gehabt? Nein, das direkt neben dem... Du hast gepennt, ne? Ja, ich habe gepennt. Naja, auf jeden Fall sind wir hier auf der Schooljam drauf und das ist eine sehr schöne Story, also alle kaufen. Und wir spielen morgen beim Schooljam Finale. Ja, alles klar. Hier in Frankfurt, auf der Musikmesse. Sehr, sehr spannend. Wir spielen auch ein, zwei neue Songs und die haben wir noch nie gespielt, deswegen wird es sehr, sehr, sehr spannend. Also, ab in den Laden und Schooljam kaufen. Kostet nur 1,90 Euro. Tolle Zeitschrift.